Meine Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Hexit. Ja, danke schön, dass du mich erst mal hättest. Ihr seht schon, wir sind etwas schlechter Equipment, so ist mein Rüstung gerade. Und mein Equipment ist nicht einfach daran, dass wir jetzt eine andere Dimension mal erkunden wollen. Wir haben ja schon öfters diese Türen gesehen und so. Wir wissen nicht ganz, was uns dahinter erwartet. Deswegen haben wir einfach Equipment mitgenommen, was wir auch verlieren können. Aber wir hatten ja noch den geilen Cliffhanger, was passiert, wenn wir jetzt hier gleich reinspringen. Es ist übrigens hier gerade nur Molten Iron drin. Genau, es passiert einfach gar nichts. Doch wir bekommen ganz gleich Damage. Langweilig. So, wir gehen kurz pennen, komm. Aber warte mal. Okay, manchmal ist dann Blut in der Smelltory drin. Aber in dem Falle jetzt gerade nicht. Ja, ich gehe nochmal wieder schlafen zu wie. Okay, wir müssen mal kurz überlegen, wo waren denn solche Portale ein paar? Ich habe keine Ahnung. Am Spawn war eins. Am Spawn war eins. Aber ich glaube, eins haben wir mal kaputt gemacht. Ja, das war ich. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen in Richtung Norden. Okay. Ja, okay. Und dann fliegen wir nah am Boden und gucken. Ja, genau. Ah, wo sind hier schöne Portale? Die sind hier immer an solchen Dingern drin. Ja, warte. Hier, hier, hier. Ich habe eins. Ich habe eins. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Äh, ich... Ja, hier. Weiter. Nein, in andere Richtung. Ja, hallo. Hallo. Hier ist eins. Okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Go. Ich weiß nicht. Ich konnte nicht rein. Und ne. Jetzt kann immer nur einer durch. Ist ja richtig blöd jetzt. Es ist einfach nur ein Neta-Portal. Warte. Ich möchte jetzt auch mal durch. Jetzt habe ich das normale Neta. Hey, ich bin da hier. Guck mal. Oh, hallo. Jetzt hat es geklappt. Hä? Geht es da unten ins Unendliche? Hä? Was ist das hier unten? Hä? Was ist das hier für ein Block? Wagt es bei mir? Äh, bei mir ist das auch so. Dass da einfach auf einmal keine Blöcke sind. Ja. Hier oben ist ein Chest mit einer Enda. Das ist kein normales Neta. Das sind Farbe. Das sind solche eigenartigen Blöcke. Warte mal. Nee, das sind solche Blöcke. Guck mal hier. Ich habe dir welche hingeholfen. Hä? Wie hast du die abbonkeln können? Nee, die waren in der Kiste. Achso, okay. Warte mal. Es ist hier drunter. Oh, schau mal. Hier unten. Hier ist ein neues Portal. Stimmt, man konnte Portale machen. Stimmt, man kann Portale machen. So, ich habe fast vergessen. Geh mal hier durch. Kommst du? Wo durch? Hier unten durch das Portal. Ähm, wir müssen wieder zurückfinden, ne? Ja, ich weiß. Wobei, wenn wir nichts zurückfinden, dann ist das auch egal. Nein. So, wir begegnen uns jetzt einfach mal die ganzen schönen Plattformen. Oh, da hinten geht es weiter. Chests, oder? Wow. Warte, hier gibt es einige. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Ja. Da hinten geht es weiter ins nächste Portal. Okay. Hier gibt es aber irre viele. Wir gehen halt vor allem das geradeaus, oder? Hä? Wo ist noch eins? Ich sehe nur das eine. Ne, überall wo eine Tür ist. Wir müssen halt irgendwie aufpassen, weil... Hast du die Kiste da hinten schon gelootet? Nein, ich habe noch gar keine Boote. Zack. Ich habe eine Dimensionstür, also ich habe ein Portal. Und wo bist du? Was ist das hier eigentlich hier unten? Ist das Wasser, oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe Angst, dass du nicht landen. Ja. Komm mal bis nach hier oben. Wir gehen einfach in die nächste Dimension. Und was ist, wenn wir da nicht mehr zurückfinden? Wir gehen einfach, guck mal, hier ganz geradeaus. Hast du Essen mit? Ja, habe ich. Hast du etwa keins? Hä? Hä? Hä, Gott, ich treff die Plattform nicht. Hä? Was ist los? So, jetzt. Jetzt setzt den hier nicht wie schnell es Ende. Okay. Was ist das hier? Nein, nein, das ist nicht so okay. Fuck. Hier sind ganz viele. Ja. Lol. Schau mal da oben. Siehst du diesen Mund? Das ist ein Auge. Oh, das ist ein Auge. Hello. Bist du tot? Hä? Tegel? Ich fahre ins Nichts. Ich bin im Nichts. Stirbst du? Nein. Ich bin einfach im Nichts. Okay. Hier ist, hier ist einfach schwarz. Ich traue mich echt nicht weiterzugehen. Ich habe noch die Möglichkeit zu... Es ist einfach nur... Hä, schau mal auf F3, fällst du oder bist du irgendwo? Nein. Nein, hier ist so ein Land quasi. So ähnlich, es sieht aus wie das Neta. Ja? Nur alles mit schwarzen Blöcken. Und hier schwirren solche Rechtecke rum mit den Augen drauf. Bin gerade auch irgendwo. Boah, ich habe mein Volldamage aufgefallen. Äh, also, beschreib mir mal ganz kurz her. Schreib bitte nochmal, wo du bist, weil ich bin jetzt auch hier irgendwo. 2000 Jahre später. Also so, das sind wir jetzt noch im Cut. Wir haben ewig rumgesucht, was wir machen könnten. Und die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen, ist auch laut Internet, sich einfach zu töten. Ich glaube, Lava finden ist auch noch eine Alternative, falls man keinen Bogen haben sollte. Fort Damage ist ausgeschalten. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber da haben wir schon die Bekanntschaft damit gemacht. Oh, das tut so weh, ich will mich nicht töten, ey. Ja, ich mich auch nicht. Mach ich aber trotzdem. Letzter Hit. Jetzt letzter Hit. Okay, bye. Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Oh, ne, der hat mich getroffen. Ich bin wieder bei unser Bett. Und so. Und jetzt. Och, war das ein schlimmer Albtraum. Zeitigster Shot by SideX. GG. TEDx war schon der T. Ja, wo bist du? Ich sehe ich mich. Hier. Ja, du bist unsichtbar bei mir. Cool, ich hecke. Scheiße, warte, ich muss doch die Hexie das machen. Hä? Hey, warum bist du unsichtbar? LOL. Dad bug, warte, ich stelle mal ganz kurz. Dann die das Kammer runter, ich bin übrigens gleich tot. Aber vielleicht musst du mich einfach mal kurz töten. Vielleicht sehe ich dich jetzt hier? Also ich habe dich gerade schon nicht gesehen. Hä? Ich stehe hier. Auf dem Brunnen. Auf dem Brunnen. Ne, ich sehe dich nicht. Warte? Warte, ich tue auch mal kurz Reacher an. Mein Hextet hat sich gerade leicht aufgehalten. Das war ja eine richtig, sagen wir, Ja, jetzt sehe ich dich. Ja, ich sehe dich wieder. Alter, komm eh, mach dich Messer, ey. Ich würde mal sagen, die Folge war jetzt wahrscheinlich aus eurer Sicht etwas kürzer, weil ich halt sehr, sehr viel gecuttet habe. Aber auf jeden Fall, wenn euch... Nein, es war total langweilig, genau zu sein. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Und Tegel war super easy. Und dann, bevor er gleich wieder kommt, beendet ich jetzt schnell die Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.